Frau Höhner, was macht die Zusammenarbeit mit Sebastian Obanski für Sie besonders? Was interessiert Sie daran? Ja, Sebastian ist ja nicht von Anfang an bei mir gewesen, sondern erst bei anderen Regisseuren. Und als er zu mir gekommen ist, das hat er auch selber ganz gut beschrieben, war ich so ein bisschen mixt. Weil er hatte ein paar Maneriertheiten, aber ich hatte ihn auch schon mal sehr spannend gesehen. Also in so einer Totengräber-Szene, das war nicht Hamlet, sondern die war daraus genommen. Und er kann so einen ganz schrägen Humor haben und auch ein bisschen hintergründig dabei sein. Also er ist jemand, der, was nicht so häufig unter Schauspielern mit Down-Syndrom ist, ist, er hat eine starke Fähigkeit zu reflektieren oder und sozusagen fast intellektuell damit umzugehen. Das kann er noch mal behindern, also davon muss ich ihn auch manchmal wegbringen. Aber ich war ganz gespannt darauf, wie er so jetzt mit mir arbeiten würde. Und ich arbeite eben nicht so sehr über den Text, sondern eigentlich mehr über das Spiel, über die Emotionen auch. Und weg von diesen Maneriertheiten. Und das war unser erster Kampf. Er hat zwar auch den Hermanns im Frieden ganz toll gespielt. Das war aber ein ganz großes Open-Air-Spektakel. Und da hat er wunderbar seine Position gehabt und konnte sich gut einbringen. Aber jetzt eben hier auf der Bühne, wo man doch genauer guckt, wo man näher dran ist, war das sozusagen ein bisschen ein Kampf auch mit der Sprache, mit dem Denken vor allem, mit den Bildern. Und da Sebastian sehr, also in gutem Sinne ehrgeizig ist, er will es wirklich hinkriegen, er will wirklich gut sein. Und er will wirklich ein guter Schauspieler sein. Kann man einfach gut mit ihm arbeiten. Also es fällt ihm schwerer, als er denkt. Vielleicht, das ist aber okay. Und gerade weil man ihm vieles erklären kann, macht das dann auch Spaß. Also man muss nicht immerzu nur alles vorspielen, sondern man kann eben die Dinge auch über Geschichten, über Geschichte. Also darüber kriegt er dann auch immer Zugang. Aber dann im Spiel kann man dann ihn auch auf den Punkt bringen. Was für Anforderungen haben Sie an die Schauspieler, die Sie in Ihr Ensemble mit aufnehmen? Jetzt gibt es ein paar Mindestanforderungen. Das heißt, so eine gewisse Fähigkeit, überhaupt in der Gruppe zu arbeiten. Es gibt auch ganz spannende Menschen mit Bindungen, die aber eigentlich nur alleine können, weil die sich nicht auf Partner einstellen können. Das wäre schon ganz wichtig bei uns. Und der unbedingte Wille zu spielen. Das ist schon da. Und natürlich zu arbeiten. Das heißt, Sie haben Körpertraining und das mitzumachen. Also da kann es kein Wenn und Aber geben. Und Interesse, Interesse, Interesse. Also am Spiel, an den Rollen, an den Gefühlen, an der Welt. Was möchten Sie dem Zuschauer mit Ihrer Arbeit und den Schauspielern zusammen vermitteln? Was soll ich mitnehmen, wenn ich als Zuschauer bei Ihnen mir ein Stück anschaue? In erster Linie, dass diese Schauspieler, wenn sie auch anders aussehen, anders sprechen, vielleicht nicht immer verständlich, sich anders bewegen, trotzdem außerordentlich begabte Schauspieler sein können. Nicht jeder, mit Behinderung ist das, aber sie sind es eben, sie können es sein. Dass sie Menschen sind wie wir, in aller Tiefe, mit allen Gefühlen und Abgründen, Schönheiten und allem, was wir auch empfinden, ist genau so da. Nur, dass es sich anders ausdrückt. Und dass sie zu Recht auch ihren Platz als Künstler haben sollten. Nicht in der Therapie oder irgendwo in der Pädagogik, sondern professionelles Theater. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir das drumherum wirklich liefern. Nicht, also wir spielen jetzt mal auf so einer kleinen Bühne und wer an Betreuern mal vorbeikommt, sieht das. Sondern Theater im wirklichen Sinne, in allen Formen, die es gibt, egal ob es Performance-Theater ist oder ob es Stücke sind, wie wir sie, so eben mehr erzählerischen Charakter haben. Das soll, wir wollen auch unterhalten, wir wollen durchaus auch die Leute erreichen, aber fast immer haben die Stücke von uns auch einen Stachel. Und wir wollen natürlich darüber hinaus auch nicht nur darauf hinweisen, dass das tolle Schauspieler sind, sondern auf die Situation von Ausgegrenzten, von Menschen, die im Widerspruch zur Gesellschaft stehen. Das ist immer wieder unser Thema. Sie sprechen das jetzt in einem Stück, was ich jetzt gerade gesehen habe, eben auch am liebsten zu dritt. Da wird ja auch so der Hinweis gegeben zu dem Thema pränatale Diagnostik. Inwiefern ist Ihnen das wichtig, das zur Sprache zu bringen? Also es gibt wohl in Deutschland keine Statistik, habe ich inzwischen erfahren, um korrekt zu sein. Aber es ist trotzdem bekannt und ist auch so, dass über 90 Prozent der Familien, die erfahren, dass sie Enke mit Down-Syndrom bekommen, das abtreiben lassen. Das ist eine alarmierende Zahl. Natürlich gibt es immer noch ein paar, die geboren werden, aber die Zahl ist schon alarmierend. Es ist natürlich ein Einfallstor. Es ist nur eine Behinderung, die jetzt so schnell entdeckt wird. Demnächst werden mehr entdeckt und das heißt, die Gefahr, dass wir nur noch das Designer-Baby zur Welt bringen, die ist schon ziemlich dicht. Denn viele, viele Familien, auch gerade mit intellektuellen Eltern, wo man denkt, sind doch aufgeklärt, die müssen es doch wissen, sagen, ja, aber ich könnte denn nicht mehr als Doktorin arbeiten, als ich könnte meine Karriere nicht und, 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 und. Politiker sagen das auch ganz deutlich, ja, die anderen sollen, aber wir nicht. Das ist eine ganz, für mich ganz gefährliche Entwicklung in der Gesellschaft. Sie beginnt eben bei den Menschen mit Down-Syndrom, sie endet vielleicht mal bei den Alten oder Anderskranken. Und es sortiert eben alles aus, was nicht glatt ist, was nicht schnell und effizient ist. Es ist sowieso sinnlos. Immer wieder, also die, gibt es Menschen, die eine Behinderung haben oder Krankheiten, die wenigsten werden ja, entstehen ja vor der Geburt. Die meisten während und nach der Geburt. Aber hier passiert eben plötzlich, und das ist für mich das ein bisschen auch Gefährliche, fast Unumkehrbare dann. Also in Dänemark ist schon ganz stolz darauf, dass sie schon zwei Jahre keine Geburt haben mit einem Down-Syndrom-Baby. Weil flächendeckend wird diese Vorsorgeuntersuchung gemacht und sie entscheiden sich alle dagegen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass aus keinem Land so viele Hospitationsgruppen bei uns sind wie aus Dänemark. Nun kann man das sehen, wie man will. Das kann ja auch sein, wir gucken uns die Fricks nochmal an, bevor sie aussterben. Oder wie schade, dass es sie nicht mehr gibt. Und das ist so eine, ja, eigentlich dunkle Vision, die man da hat. Und sagt, ja, werden unsere Leute so die Letzten sein, die da noch in der Gesellschaft sind. Und dann würde ich sagen, dass es sehr, sehr schade ist, weil Menschen mit Down-Syndrom oder Trisomie schon eine große Weltfreundlichkeit haben, eine Zugewandtheit. Sie sind liebenswürdig, sie können gut verzeihen. Also sie sind nicht die unangenehmsten Zeitgenossen. Im Gegenteil, es wird sehr schade sein, wenn es sie nicht oder kaum noch gibt. Sie sind liebenswürdig, sie sind liebenswürdig, sie sind liebenswürdig.